Ich bin Daniel Castillo, studiere Wirtschaftsingenieurwesen für Technische Chemie an der TU Berlin im Hauptstudium und bin nebenher als Zutor im School Lab von DLR tätig. Nach dem Studium möchte ich in die chemische Industrie einsteigen oder in die pharmazeutische Industrie. Den zukünftigen Studierenden würde ich empfehlen, sich nicht von einzelnen Fächern aus Schulzeiten entmutigen zu lassen, sondern sich durchaus für naturwissenschaftliche Fachrichtigungen zu entscheiden.